Ich habe selber einen Auftrag. Ich habe vier Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Vier Ziele? Schaffe mich, drei Millionen? Das sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Das ist natürlich hilfreich, seine persönlichen Wachen. Oh, ich habe den Laden zerstört. Der hier? Nee, der da. Da haben wir ihn ja. Oh, ich muss auch noch mich innerhalb der Zeit melden. Ich laufe lieber hier außen rum. Auch wenn es ein bisschen länger ist. Nochmal abgemauelt. Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Visiers bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Ich bin gerade in Damaskus, oder? Nun gut. Da das so weit entfernt ist... Uiuiuiuiuiui. Ja, der Palast hier. Genau. So, mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr... Wow, das bringt gar nichts. Ich würde mal sagen... Hier kann ich nicht rein. Nach oben kann ich auch nicht. Das heißt... Irgendwie muss ich einen anderen Weg nach oben suchen. Ach, Kacke. Da. Oh. Ja, das war nicht so toll. Kann ich denn hier zufällig... Ja. Nein, packen hätte ich da drücken können, ja. Nein, da natürlich nicht. Aber hier. Und so komme ich auch nach oben. Oder auch nicht. Yay. Oh ja. Oh ja. Kommt nicht mehr. Ihr habt nicht hier zur Suche. Es geht. Mangenabflug. Es ist doch nicht erlaubt, hier zu sein. Verdammt, Errungdäubiger. Nein. Oh. Verdammt. Nein. Oh. Mein Lieblings-Konter. Sehr schön. Ach, hier kann ich schon synchronisieren. Oder was? Ach ja. Wunderschön. Mal ganz kurz gucken. Ach so, habe ich noch nicht. Natürlich noch nicht. So, wo haben wir denn hier? Da haben wir es. Und da sehe ich gleich auch schon, dass ein Bürger in Nöten ist. Das wird euch das Leben kosten. Ja, da checken. Hilfe. Du hielst mir doch jemanden. So. So. Oh ja. Oh, okay. Ach man, ja. Um dir das Leben zu retten. Ja, warte. Oh cool, Kopfball. Ja, sorry. Spiel halt gerne Fußball, was geht ab? So, ich würde mal sagen, ich habe wieder fünf Messer. So, und hier muss ich... Taschendiebstahl. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird das erfahren. Nein, niemand. Ja, jetzt gehe ich schon. Der geht echt einen komischen Weg. Aber muss er wissen. Ach komm. Noch einer. Ja. Wir werden dir nicht entkommen. so ich muss mich kurz entfernen hier weil ich das nervt was haben wir da hat die sahen hier ist noch einmal bürger retten da laufe ich einfach kurz hin macht die bürger retten mission und lauf wieder zurück dann dürfte alles friede freude eierkuchen sein der hat aber schnell reagiert von hinten jetzt voll in die kniekehle schöne drehung und der ist auch hinüber und das letzte wirft ja noch so war das genau ja vielen dank hilfe kann man immer gebrauchen wirklich ok ok nicht laufen man auch nicht laufen warum ist er nicht zusammengestützte laden die mir auf den sack gehen ist ja nicht so dass das absicht war oder so ich bin so ein mieses kleines arschloch na was ist euer beginn ja macht platz ich mach nichts was dreht er sich denn die ganze zeit so panisch hier oben hat er irgendetwas zu verbergen ach man ey ok ok weiterlaufen na weiterlaufen sorry ok du kleine miese Fickgestalt ne ach ach korbenja spackus habt doch gar keine chance gegen mich ne irgendwie voll gar nicht ach man ey jetzt muss der wieder hier kommen ne bam alter einer nach dem anderen ne soo soo jetzt aber ja ich bin gelehrter ich glaube auch nicht mal vielleicht doch so das war es wert das hätten wir erledigt da habe ich geklaut sehr schön ja das war mir gerade egal der hat mich so aufgeregt ziemlich dumpfen auftrag gemacht ach ja ja aber es ist ja so dass man alle umschützen kann und so von daher geht das in ordnung wenn er gerade hier vorbei läuft kann ich die chance ja nutzen heute wieder lacht die regen mich echt auf so junge voll die frau geschlagen aber die hat mich verteidigt was gedacht doch noch nicht nein aber verdammt ist er durch den schubser gestorben tatsächlich sterben durch den schubser das sind das für würstchen ach so ich dachte das wäre einer den ich umbringen kann muss kann muss sollte da hoch die haben auch so eine witzige stimme so eine weicheier stimme ich wer will das wissen wer hat das getan